Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Crime Scene Cleaner mit der Fanny. So, ich nehme jetzt mal kurz das Bild hier mit hoch, weil ich vermute, das kommt auch da oben hin, wo wir in der letzten Folge angefangen hatten. Ich habe jetzt den zweiten, warte ich zeige euch das, ich habe jetzt diesen Schwanz gefunden, der war irgendwie in einem Raum da, mich eigentlich geradewegs drauf zugelaufen. Ja, aber so ist das, wenn ich was suche, dann finde ich es sowieso nie, also von daher, warte mal, kommt der Schwanz da hin? Ja, ich muss gleich mal gucken. Ähm, man sieht nicht, wo es hin soll, ne? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss das Bild ja hin. Ah, vielleicht da, wo es schmutzig ist, ne? Wartet mal, ich kann es ja mal probieren. Ich muss mal hier sauber machen eben. Und der gelbe Stuhl muss dann auch runter. So, ist es hier jetzt soweit? Ja, okay, das ist erstmal sauber, jetzt kann ich erstmal das Bild anhängen, hoffentlich. Ja. So, den nehmen wir jetzt auch mit. Nein, bleib doch mal stehen, Stuhl, ehrlich. Was ist denn los mit dir? Ach, der Schwamm ist schmutzig, deshalb. So, jetzt. Okay, also nochmal runter. So, gelber Raum, da ist der rote Raum. Hier ist der gelbe Raum. So, nein, fast. Jetzt. Okay, was fehlt denn jetzt hier noch? Ach, der, der Gaming-Stuhl. Ehrlich? Und dann, aber hier werden mir doch noch zwei Sachen angezeigt, die fehlen. Okay. Achso, vielleicht noch im roten Raum, da fehlt vielleicht auch noch was. Genau, deshalb werden da zwei angezeigt. Das kann schon sein. Ach, Mist, ich brauche Wasser. Ich bin immer so faul, Wasser zu holen. Habt ihr auch schon bemerkt, ne? Ich habe immer noch keine weiteren Fähigkeitspunkte, die ich vergeben könnte, deswegen. Jetzt muss ich erstmal hier meine Schwemmung mal sauber machen. So, das auch nochmal. Und dann nochmal mein Mob. So, dann nimm mal den Eimer mit. Ich weiß, ich habe zwei Eimer, aber... Nutzt natürlich immer nur einen, komischerweise. So. Guck mal, steht der richtig hier? Da kommt mir irgendwie so schief vor, aber steht richtig. So, du hast alles... Oh. Ich wollte gerade sagen, du hast alles vorhanden, aber... Die sind richtig hinterfotzig, ne? Im Jurassic Park, in dem Film, waren die auf jeden Fall immer sehr, sehr... Hinterfotzig. Achso, äh? Ach, hier. Ah. Einmal. Warte mal, hier ist das eine Bild, was mir noch vorne fehlt, glaube ich. Genau. Wartet. Das hänge ich dann auch mal direkt an. Was ist das umfangreich hier? Ähm... Guck mal, hier irgendwo. Irgendwo hier fehlt mir noch eins. Wie er sucht, der findet. Ne, das war nur die Beinflasche. Einen Moment, ich... da. Ja. So, dann hätten wir das auch schon mal dahin gehängt. Ja, es klappt doch langsam so. Ne, wartet wieder. Falscher Weg. Gott. Dahin. So, okay. Wollen wir mal kurz gucken. Hier ist soweit alles in grünem Bereich hier vorne. Gehen wir mal hier hin. Oh. Da liegt Geld. For me. Gut. Hier ist einfach nur so eine Chill-Ecke. Okay. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Okay. Okay. So, hier habe ich, glaube ich, soweit gesäubert. Also müssen wir jetzt hier weitermachen. Und irgendwie muss ich ja noch unten in diesen einen Raum kommen mit der Glastür. Ja, ja. Jetzt fährt er da runter. Ist aber nicht schlimm. Kann ich ja wieder aufheben und hinhängen. Gut. Ah, hier fehlt auch noch ein Bild. Okay. Aber ich glaube, hier habe ich soweit erst mal alles richtig gemacht. Ja, hier finden auch überall ein paar Bilder. Sehe ich gerade. So. Ja. 100% aufgewischt. Ja. Sau Bär. Hätte ich jetzt auch nicht anderes erwartet. Ach, Dusch. Wie war das doch gleich mit... Jetzt habe ich den Eimer umgeschmissen. Ey, so ein Mist. Okay. Aber irgendwie... Ah. Stimmt ja, hier war ja auch noch was. Jetzt habe ich aber keinen Eimer mehr. Ach, wie ärgerlich. Ja, komm. Es hilft dir alles nichts. Ich muss ja den Eimer holen. Also, Wasser. Komm, den gehen wir nochmal zurück. Dann doch noch einmal. Das war ja meine eigene Dummheit, ne? So. Alles gut. So. Wieder noch um damit. So. So, jetzt ganz durchlaufen. Wie gut, dass man damit auch rennen kann. So, und dann waren wir hier stehen geblieben. So. Okay, Fußspuren. Warte mal, ich nehme mal hier lieber den Schwamm. Ich traue hier dem Frieden nicht. Jetzt mache ich ja hier wieder alles kaputt oder so. So. Ah, jetzt seht ihr. Ich muss wieder Mühe rücken. So. Wie die Musik immer aufhört zwischendrin, ne? Das ist so ganz komisch. Okay. Weiter geht's. Hier wurde ein bisschen rumgetänzelt. Achso, war die hier raufwollten oder was? Ah. Hier ist der Raum. Komm, Axt. Wo ist meine Axt? Perfekt. Jetzt komme ich hier rein. Saubere Angelegenheit. Open the door. Sehr gut. So, und dann kann ich jetzt auch den Stuhl in den roten Raum bringen. So, wartet. Ach du Scheiße, er kommt da oben hin. Ja, wartet. Ich muss von da raus. Von da aus irgendwie. Oh, Scheiße. Ich hasse es, ey. Ja, genau. Verdammt. Moment, kann ich das nicht irgendwie da mitten hängen, so irgendwie? Nee, ne? Ach ja. Das ist so... schwierig. Okay, ich bin... Das habe ich nämlich in den anderen Stuhl nämlich auch wieder runtergerissen. So, den habe ich jetzt jedenfalls drauf. Jetzt kommt dieser blöde Stuhl da wieder ran, ne? Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ach, hier. So. Ja, aber ich habe das doch jetzt hier alles an Ort und Stelle, oder nicht? Was fehlt denn jetzt hier noch? Ach so, der Gaming-Stuhl. Ja, natürlich. Der fehlt noch. Fanny ist wieder so orientierungslos. Habt ihr gemerkt, oder? Habt ihr sowas von gemerkt? So, wartet mal. Hier fehlt noch Bilder. Das weiß ich aber nicht mehr, wo. Nee, das ist zu groß. Ach, Mann. Hier sind so goldene Rahmen. Hier sind ja auch keine Rahmen. Warte, 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 warte. Boah, wenn man das in der Hand hält, dann sieht man das nicht. So, hier müsste das irgendwo sein. Irgendwo war doch hier noch ein Bild weg. Nee, da war auch schon eins. Moment mal. I don't see this. Da? Nee, das kommt da nicht hin. Ich kann es nicht sehen. Nee, da kommt ein größeres hin. Hä? Meine Lieben, ich finde wieder das den Bereich. Ach, da. Ja, zurück an die Wand. Genau. So. Wo war ich denn jetzt gewesen? Unten. Sag mal. 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 Mach nix. Wo ist denn jetzt mein Eimer? Eigentlich könnte ich ja meinen Eimer jetzt auch mit runternehmen, weil unten ja dann wieder ein Wasseranschluss ist. So. Oh, da liegt noch mal Geld. Nehme ich mir gleich. Ja, hier liegt noch ganz viel Geld. Na, nimm's dir. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Folge ich jetzt schon alleine im Museum hier ausgegeben vor allem, ähm, gemacht habe. Okay, gut. War natürlich klar. So. Mal sauber machen hier. Ja. Perfekt. Ah, ich glaube, hier kommen auch die Stühle hin, ne? Da liegt auch nochmal Geld. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Reichen, ich weiß ja nicht, die Reichen haben wahrscheinlich nur zugeschaut oder so, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Reichen jetzt hier, oh man, ich hinterlässt ja ein Drunknüll. Ähm. Ich weiß nicht, konnten die Reichen jetzt hier teilnehmen oder haben die Reichen einfach nur zugesehen? Ja, ja, komm. Ist egal. Ach man, ich sammle jetzt erstmal auf. So, erst mal, ne, das Geld will ich nicht wegschmeißen, das würde ich eigentlich aufheben. So, das. Ja. Genau, mach mal ne große draus. Ich hab jetzt herausgefunden, dass es ja geht. Ne, das ist alles im Einsammeln. Was? Verdammt. Erstmal ein bisschen umgeschmissen. Oh mein Gott. Game has. Und dann konnte ich nicht weiterlesen. Ich hab's irgendwie... Na komm, nimm's dir. So, liegen jetzt hier noch ein paar Scheine rum. Da. Oh, ein Partyhut. Ah. Ne Rolle nehm ich auch gerne. So, da ist noch eine Leiche. Okay. So, jetzt muss ich erstmal meinen Schrupper sauer machen, ne? Ist schon wieder schmutzig. Genau, sieh mein Wasser im Eimer. Natürlich. So, hier ist aber die letzte Leiche. Ja. Ich brauche... Und da ist auch die Gitarre. Da ist auch nochmal Geld. Da ist der Gaming-Stuhl. Ich fass es ja nicht. Okay, pass mal auf. So, wir klauen jetzt hier im großen Stil. Ah, hier ist auch noch ein Wasseranschluss. Oh ja, Baby. Sehr gut. Ähm... Na komm, ich mach erstmal die Leiche mit. Ich hab ja hier sowieso noch einiges aufzuräumen. So, auf zum Auto. Hä? Da ist mein Auto. Da ist mein Auto. Wehe, du kippst um. So, dann würde ich den Gaming-Stuhl auf jeden Fall sauber machen. Und kann ja nämlich auch schon mal in den Gelben-Stuhl in den Gelben-Stuhl in den Gelben-Stuhl in den Gelben-Stuhl in den Gelben-Stuhl. Dann würde ich mich nicht mehr sehen. So. Genau. Perfekt. So, dann brauche ich wieder ein bisschen Reinigung. Genau. Aber ich bräuchte auch mal meinen Schwamm. Rock'n'Roll eats the rich, wie es in den ersten Platz war. Ja. Nein. Ich wollte die Gitarre nämlich in den Musikraum bringen. Ja. Das machen wir auch mal eben. Wo war der nochmal? Musikraum. Der war doch hier vorne. Ja, genau. So. Einmal hier rein. So, mein Freund. Kannst du gerne haben. Müllsäcke entsorgen? Ach ja, da ist ja noch ein Müllsack. Ups. Warte mal. Wo? Wo ist der Müllsack? Ach so, nee. Das ist der da vorne, ne? Ich glaube, das wird dann überall gezählt, oder? Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Ähm. Ich verlaufe mich immer. Das ist voll doof. So. Komm mal mit. Aber es ist erstaunlich wenig Müll, muss ich sagen. Ach, ich habe ja auch jetzt alle Leichen gefunden, ne? Mein Gott, bin ich gut. Dann dürfte es ja hier bald auch fertig sein. So, wo kommst du hin? Weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. So. Ja, ja, natürlich. Ich mache schon wieder mehr Müll als alles andere. Warte mal, was ist denn da? Ach, Müll. Natürlich Müll. So. Kann ich das auch einsammeln? Nee, ne? Bein nicht kaputt. So, dann räube ich mal ein bisschen auf. So, bitteschön. Oh, hier habe ich noch was. Wetten. Erster Mord. Barry Barrel. 7.000 Dollar. Erstes Opfer. Nicole Cherry. 10.000 Dollar. Die meisten Morde. Yasuka Yuzuki. 20.000 Dollar. Letzter Überlebender. Nick Knight. Äh, für 40.000 Dollar. Geheimes Zimmer finden. Noe Nikuri. Äh, 5.000 Dollar. Ich glaube, du kannst einen Preis auf das menschliche Leben. Hm, hm. So, wartet mal. Bitte schön. Das Glas kann dann auch hier rauf. So. Ach, hier liegt ja auch noch Geld. Habe ich ja nicht gesehen. Keine Ahnung, wie da jetzt darauf kommt, aber hey, das ist schon in Ordnung. Ah, hier ist noch ein Handy. Heute Abend beschäftigt, schreib mir, wenn es passiert, dann halte ich dich auf dem Laufenden. Crime Coin steckt plötzlich im Wert. Sollen wir kaufen? Ich sage dir, es wird bald in die Höhe steigen. Äh, nee, schießen. Hallo? Kann ich kaufen? Es ist dringend. Bitte antworten. Ja, nehme ich auch mal an. Achso, da kommen wahrscheinlich die kleinen Tische hin, ne? Wartet. Hier so. Genau. So. Das habe ich schon hingestellt. Dann können die an diesen Plätzen. So, Läppi. Einfach hier hin. Der ist kaputt. Sorry dafür. Ich kaufe dir keinen neuen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Flasche einfach nur da hinstellen. So. Nee, da kommt gar kein Zweiter hin. Okay. Moment. Bing, bing. So. So, da kommt der Zweiter hin, ne? Genau. Super. Okay. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Läppi. Ja. Meinetwegen hier hin. Das steht an Ort und Stelle. Ich glaube, wartet mal. Die stehen hier aber noch nicht korrekt, oder? Nee. So. Und du kommst. Nicht da hin. Ähm. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Kleine hier hinkommt. Da kommt ja doch ein großer... Äh? Ich habe so das Gefühl, hier fehlt noch einiges. So, hier habe ich noch einen Stuhl. Der ja ganz gepflegt jetzt hierhin kommt. So, dann waren hier draußen noch Stühle. Der kommt hierhin. Ach, hier ist noch ein Tisch. Den habe ich gar nicht gesehen. Dann sieht mal einer an hier. So. Nein. Genau. So, dann kommt noch der hier. da hin. Da hin. Da hin. Da fehlt aber noch so ein langer Stuhl. Also, du schließt hier nicht mehr richtig, ne? So. Irgendwo hatte ich aber noch einen langen Stuhl gehabt. Wo war denn der? Zuerst mal sieht es ja hier wieder sehr räumlich aus. Und wo kommt denn das jetzt hin? Ich hätte jetzt auch keine Idee, wo der hin soll. So, ansonsten habe ich hier jetzt, glaube ich, alles, oder? Ich könnte jetzt hier nochmal in die Schublin gucken, auf jeden Fall. Ein bisschen... Oh, goldenes Besteck. So, hier sind ein paar Rechener, auf jeden Fall. Okay, da kann ich nichts machen. Mikrowelle, nein. Da oben ist noch Money. Warning, hot, ja. Nee, okay. Also, ich sehe jetzt tatsächlich nichts mehr. Ja, wartet mal. Also, ich brauche noch dieses komische Schlagzeug. Da weiß ich nicht, wo der Tisch hinkommt. Genauso wie nicht, wo der zweite Schwanz hier hinkommt. Was habe ich wieder übersehen? Hä? Hier ist das Entenzimmer. Genauso wie die Vase. So, hier ging es ja hoch zu diesem Flur und zu dieser einen Tür. Guck mal, das ist immer offen, ne? Wenn ich mich einlocke, dann... geht's wieder auf. Ja, okay, also hier ist nichts. Gut. So, hier scheint auch alles perfekt zu sein. Ja, dieser Raum hier, ne? Der macht mich ganz... Ganz verrückt. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt auch eigentlich alles erledigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier eine Trommel... ...hatte. Nee, ne? Hier lag nichts, glaube ich. Oder lag hier was und ich habe das schon rausgeräumt gehabt? Nee, ich glaube, hier ist nichts. Wobei ich aber meine, ich hätte... Ich weiß allerdings jetzt nicht, wo die Trommel ist, ne? Also hier steht nichts. Im Übrigen nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp, ja? Hat mir sehr, sehr weiter geholfen. Wie man da die Tür aufkriegt. So, hier war ja auch nichts weiter drin. Nein. So, stelle die Möbel wieder an ihrem Platz. Äh? Was? Ach so. Ich hatte den gar nicht dahingestellt. Ups. Finde verlegte Gegenstände. Was? Ja, hier fehlt mir noch die Trommel. Ich weiß. Ist die nur... Oh, hier war ja nichts, ne? Dieser Raum ist jetzt eigentlich komplett fertig. Hoch. Bin ich drin geblieben? So, dieser Raum ist eigentlich auch komplett fertig. So, hier war ich jetzt schon gewesen, ne? Das war dieses Entendingens. Genau. Boah, das ist ja ein Urgarten hier. Na, mach doch mal die Tür zu. Ich habe nicht alle Aufgaben erledigt. Deswegen verlasse ich diesen Tatort jetzt noch nicht. Wo kommt dieser blöde Schwanz hin? I don't see this. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, wo noch ein Dinosaurier ist. Ach, scheiße. Jetzt packe ich es wieder dahin, wo ich ihn nie wieder finde. Ach ja. Hier ist nur der... Proberaum. Ja, also nicht der Proberaum. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, gelber Raum, roter Raum. So, hier ist das mit dem Tisch, aber ich weiß auch nicht, wo ich den hintun soll. Um alles in der Welt... Kommt der irgendwo hier oben hin? Ja, hier. So, das habe ich. War hier noch irgendwie ein Stuhl, der eigentlich runter müsste? War hier noch ein Stuhl? Hier fehlen auch noch, glaube ich, Bilder, ne? Ja, hier fehlt noch ein Bild. Ein großes. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, äh. Wie viele in der Ausstellungsstücke? Warte mal. Wo? Ach Gott. Ich habe jetzt irgendwie etwas wieder nicht auf dem Schirm. Nicht wahr? Ich stelle die Möbel wieder an ihrem Platz. 32 von 34. Ja, würde ich ja gerne machen, aber ich weiß nicht, wo ich den fucking Stuhl hingetan habe. Ich weiß, ich hatte noch einen. Aber... Ich überlege gerade innerlich, aber mir fällt es echt nicht ein, beim besten Willen nicht. Ach, hier ist das Bild. Ja, okay. So, sind wir jetzt hier bei den grönen Rahmen? Ne, das sind hier die Holzrahmen. Ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen, oder? Ja, ja. Boah, was für eine Optik. So, hier ist, äh, Goldner. Hier, ne? Ja. Ach, Gott sei Dank. So, gesäubert. Gut, dann hätten wir das. Aber wo ist dieser Stuhl? Bei aller Liebe. Ich gehe noch mal zu diesem Hintereingang. Aber ich muss echt die Folge beenden. Wo ist denn jetzt der Hintereingang? Wo war dieser... Und schon habe ich mich wieder verlaufen. Ne, das ist hier nicht der Hintereingang. Das ist hier der volle Eingang. Hä? Ich gehe noch mal hier lang. Mal ganz kurz hier umsehen. Wo ist denn diese blöde Trommel? Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin schon fast geneigt, das jetzt einfach zu beenden. Ja, ich weiß. Ich muss diesen Blühenschwanz auch noch hier irgendwie ran machen. Das ist so ein bisschen... Der ist es ja nicht. Das ist ja... Oder? Ach doch, der war das. Ach so, da fehlt ihm noch ein Stück. Ah, ich verstehe. Jetzt. Ort gesäubert. Perfekt. So. Oh, geil, oder? Ich liebe diesen T-Rex. Jetzt weiß ich aber tatsächlich immer noch nicht, wo ich den einen Stuhl habe. Mir war so, als wäre der irgendwie hier gewesen. Und da habe ich so gedacht, ach, die lasse ich mal da stehen, weißt du, so. Aber... Weil da finde ich es auf jeden Fall wieder. Dachte ich jedenfalls. Und siehe da, ich finde nichts wieder. Aber eigentlich habe ich dann auch immer so weit alles hier rausgestellt, ne? Ach, wisst ihr was? Ist egal. Ich werde das jetzt hier einfach beenden. Ja, komm. Wir haben jetzt lang genug verbraucht hier in diesem Museum. Also, das habe ich schon mal 100%. Auch 100%. Okay, cool. So, 100%ige Punktzahl auf jeden Fall. Sehr nice. Jetzt werde ich mich mal gespannt mit den Geheimnissen. So, fortsetzen. Hm, 14 habe ich auf jeden Fall verdient. Und habe aber noch 2300 dazu bekommen. Geil. So, Geheimnisse. Oh Gott. Eins habe ich nicht. Na gut. So sei es. Ah, ich habe auch ganz viele Achievements bekommen. Ähm, ist diese Truhe eigentlich immer drauf? Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr. Hm. Dexter. Ich, ich höre irgendwelche Geräusche. Dexter, mein Engel. Oh. Okay. Gut, meine Lieben. Da würde ich sagen, mache ich das auf jeden Fall jetzt alles in der nächsten Folge mit euch zusammen. Und, ähm, ich bedanke mich natürlich sehr fürs, ach, guck mal. Das sieht so lieb aus, ne? Wie der, der, die das gemacht hat, hier für die Kleine. Die ja schwer krank ist. Mein Schlafzimmer, da ging es etwas schäbiger. Aber ist auch okay. Ne, zum Schlafen reicht es. Ich bin ja nachts sowieso immer arbeiten. Okay, meine Lieben. Macht es gut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.